Was geht ab, Leute? Also, um ein Avenger zu werden, gibt's da irgendwelche Tests oder ein Bewerbungsgespräch? Tu mir einen Gefallen. Kannst du mich einfach der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft sein? Ah, Spider-Man! Bleib einfach auf dem Boden. Du bist der Spider-Man aus YouTube. Kannst du eine Armee von Spinnen kommen lassen? Nein, Ned, nein. Kennst du den auch? Hab sein Schild geklaut. Kann ich den Anzug anprobieren? Krasses Teil. Die Reichen und Mächtigen wie Stark scheren sich einen Dreck um uns. Die Welt verändert sich, Jungs. Dort Zeit, dass wir das auch tun. Diese Waffen sind irre gefährlich. Hör zu, Peter. Vergiss den fliegenden Monsterkerl. Es gibt Leute, die sowas handeln. Die illegale Waffenfähre fuhr um 10.30 Uhr. Habt ihr verpasst? Nein, 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 nein. Was, wenn jemand gestorben wäre? Ich wollte nur wie sie sein. Ich will, dass du besser bist. Gib mir den Anzug zurück. Aber ich bin nichts ohne diesen Anzug. Wenn du nichts ohne ihn bist, dann solltest du ihn nicht haben. Ich hab's vermasselt. Hör auf, die Last der Welt auf deinen Schultern zu tragen. Ich möchte, dass du verstehst. Ich tue alles, um meine Familie zu beschützen. Du weißt genau, was ich meine. Leg dich nicht mit mir an. Sonst töte ich dich und alle, die du liebst. Meine Freunde sind da oben. Dieser Typ ist noch da draußen. Ich muss das allein machen. Mach einfach nichts Dummes. Habt es. Alles klar? Ja. Drück nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhol es. Was hab ich gerade gesagt? Ich bin gut. Nein! Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody. Bereit zum Dienst. Guckst du, äh, gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern! Ja. Vielen Dank.